Ich fühle mich hier sehr gut, weil es ist ein wunderschöner Abend, eine wunderschöne Location, tolle Party. Ich glaube bis jetzt bestimmt zehnmal in den verschiedenen Städten. Ja, also wahnsinnig professionell, viele Medien, viele sozusagen tolle Gäste, also eigentlich alle Freunde, die man so kennt in dem Medienbereich. Man trifft sich hier immer wieder gemeinsam, also spricht so, ja, einfach so wie ein Family-Treffen für mich. Und das ist auch wahnsinnig schön, schön organisiert, sehr professionell.